Ja, ich hab ein bisschen angelegt. Okay, äh, wo fahren wir hin? Pyros? Steh, nimm dir. Ja, ich fahr dann. Ist mir egal. Ja, wie gesagt, vielleicht schlauern die uns wieder auf oder so, damit wir... Sexy, hear you. Die sind beschimpft, wie... Irgendwo... Die finden wir schon. Ich glaub, ja. Die haben wir jetzt den Schl... Wer? Hm, sehr seltsam. Ja, dass wir hier keine Garage haben, äh, irgendeine, dass wir den hier einpacken oder so. Hm, ne Scheiße. Ach, guck mal. Äh, die haben sich irgendwo ausgeraubt, wahrscheinlich. Bei ihnen war maskiert, ihnen war maskiert von denen. Okay. Müsstet ihr da nicht stehen, maskiert... Maskierten aus? Ja, die müssten aber auch schon irgendwie schon lange drauf sein. Weil die sind ja vollgekümmt, die Wesen. Okay. Äh, Kreativa hat eh noch gehabt. Äh, Kreativa hat eh noch gehabt. Äh, ich dachte, äh, ich hab's ja so ein Ding, sagt deinem Kollegen, wenn du, äh, deinen Tempest wiederhaben willst, äh, kann er sich den holen. Er hat gesagt, äh, wenn dem Tempest was passieren sollte, äh, dann passiert mit dir wat. Wenn die haben wir dich. Wir sind nur zu zweiter, also, müssen wir sagen, die kriegen irgendwo. Die treiben sie bestimmt hier irgendwo oben rum, doch. Die haben sie auch gesagt, oh, wenn jetzt aus Versehen einer, äh, in den Tempest drin kracht, äh, passiert höchstens nur das Fahrzeug, äh, wat denkst, weil der Tempest ist ja gepanzert. Oh, wo ist die blitzt? Guck mir mal, die warst ein bisschen rum, hier so ne Ahnung. Hier kann ja alles passieren oben. Da könnt ihr denn noch ein bisschen voll tanken? Alles klar. Hm. Ja, ist weg da noch. Wir müssen nur den Propanol aus, äh, nehmen, da. Das sind auch insofern Haus, oder? Was ist denn den hingestellt? Mhm. Oh, die Stinkefinger kämpfen gegen die GSG-Typen. Äh, sagen sie mal die GSG mal ne Abreihung passen, äh, äh, geben, ey. Mag ich nicht. Oh, bin gerade von meinen eigenen Autos überfahren worden, als ich es gespawnt habe, äh, bekannte zu den, den, den Standort so bis. Äh, die haben Ranjit. Irgendjemand hat Ranjit, äh, 300 noch was, äh, 380 KW-Cloud. Jetzt ist die Sache, wo ist er? Das waren bestimmt die Typen, ey. Und, äh, tu gerade hier so vor sich hin, ey. Blicken die Heli die ganze Zeit rum, wir aufpassen. Bin gleich da. Das ist... Wo willst du denn hin transportieren? Das wissen ich nicht, ob... Wo man das noch weiter verabendet, weil es nur zum Crookedile rostet. Ich habe meine eigenen Autos. Verdoste, so ne Sche... Ja, ich habe schon alles. Ich habe nur noch nicht drauf geachtet, ey, weil ich die ganze Zeit auch... Frag mal durch, was da Ranjit hat, äh, mit dem da passiert ist. Ranjit? Bist du da? Ja, ich habe gerade nur eine kleine Sparstour gemacht. Jetzt bin ich gerade am Dealer und die Cops nehmen jetzt hier anscheinend gerade die Leute hoch. Ich habe schon einen blauen Offrotter gesagt, pass auf auf die Ghost Rider. Ja, äh, ich habe mir meine Marke gezeigt und, äh, meinen Ausweis und, äh, so ein MEMA berichten, wo sie sind. Weil er selbst schon überfallen wurde. Ich wollte eigentlich den müssen sie noch schnell verkaufen und dann muss ich noch helfen kommen. Äh, LKW haben wir wieder. Die haben sich kapiert. Oh, gut. Okay, der Eldorado heißt der andere Typ. Von KSK, A, K, S, K, M. Mein Gott, was für ein Name, ey. Hey! Der fährt hier einfach mit den LKW weg. Mit den... Die Typen, die Typen waren hier. Die haben den einfach aus der Safe Zone geklaut. Aber jeder mit dem Schlüssel. War zu gewesen.